So, da sind wir wieder. Mein Name ist Ugrutz, das hier ist XCOM 2 und unser Schiff wurde gerade vom Himmel geschossen. Und wir versuchen der Sache mal ein bisschen auf den Grund zu gehen. Allzu amused sind wir darüber ja nicht. Wir müssen hier drüben einen pulsierenden Störsender kaputt machen, der unser Schiff, also ein EMP-Generator oder ähnliches, der unser Schiff lahmlegt. Dafür müssen wir uns aber wahrscheinlich durch Unmengen von Aliens kämpfen, die da irgendwo rumhampeln werden. Und deswegen schauen wir erst mal mit unserem Getarnten hier, was sie uns denn so schönes entgegensetzen. Wir werden dann mit dem Rest des Squads etwas vorsichtiger nachziehen, denn ich kann mir vorstellen, dass sie von allen Seiten über uns herfallen. Da muss es ja nicht sein, dass wir uns Off-Guard erwischen. So, jetzt ist die Frage, Bastian hat vier Lebenspunkte zu wenig. Das heißt, er verpasst sich jetzt direkt mal eine Gremlin-Heilung. Ich möchte diesen Kampf nicht mit geschwächten Leuten. So, damit ist er wieder fett im Business. Und wir können jetzt an der Stelle hier mal gucken. Xarexis. Auf welcher Seite wir den lieber hätten? Ich würde sagen, für den Anfang ist mir die Linksauslage ein bisschen lieber. Kann natürlich auch sein, dass wir alle hier rechts hochkrabbeln, aber... ...was weiß ich schon. Er geht mal hier hin. Das wäre schlecht für Rechtskletterer, aber... ...bringt uns halt ein Feld weiter nach vorne. Und ich denke mal, wir sollten die Front nicht hier sofort vor unserem Kabuff machen. Sieht nicht so gesund aus. So, ihn stelle ich jetzt mal ins Offene. Oder tue ich das nicht? Ne, ich tue es nicht. Stellen wir hier mitten rein. Falls wir Gegner kriegen, die Granaten werfen, dann erwischen sie, egal wie sie es machen, immer nur zwei. Außer hier vielleicht. Warten wir es mal ab. So, da vorne klettern sie schon hoch. Ein Kodex und ein Mutone. Natürlich hauen wir dem Kodex Minimalschaden rein, damit er sie schön klonen kann. Wusch, wusch. Da ist er. Jetzt kommt der Heavy Shot. Der allerdings nicht trifft. Und Xarexis trifft auch nicht mit seinem Reflexschuss. Er macht es aber ganz gut. Wow, ätzend. Das ist eine Sache für Skillmaster. An das dem komme ich ja nicht ran, ohne hier den Rest des Feldes auszunehmen. Okay. Wir haben einen siebten Spieler. Das ist schön. Der ist sogar fast gesund. Ihm fehlt nur ein Punkt. Das heißt, das ist wahrscheinlich Olsen. So, Chimikagunda. Skillmaster. Xarexis. Ja, wir haben keinen Heavy da, der Holo-Zielen hätte. 28% ist hart an der Grenze zu armselig. Also müssen wir im Prinzip hier schauen, dass wir uns nach vorne bewegen. Beziehungsweise, hm. Hm. Er hat doch zerfetzen. Dann würde ich sagen, geht Voodoo. Hier auch mal ein Fältchen nach vorne. Muss leider einen Umweg rennen, weil Mingsu Choi da im Weg steht. Und da er drei Granaten hat, ist jetzt hier vielleicht eine zu verpfeffern, nicht ganz so tödlich. Den Baum würde ich gern stehen lassen, um mich selber dahinter zu verbergen. Die anderen drei Bäume wiederum, glaube ich, sind eher wenig hilfreich für uns. Wobei ich glaube, mit einer Granate machen wir die ja auch gar nicht kaputt. Das heißt, wir haben eh ein Problem. Genau, das Ding ist noch immer da. Und scheinbar mit jeder Explosion nehmen wir eine Aufladung runter. So, der hat immer noch volle Deckung. Das ist blöd. Gut, dann geht Bastian mal hier hin und wird seine Granate leider auch direkt los. Ich hatte eigentlich nicht vor, meine kompletten Ersparnisse direkt in der ersten Runde zu verbraten. Aber wir können halt auch nichts leben lassen da drüben. Jetzt ist er ohne Deckung. Jetzt haben wir leichtes Spiel. Und Minzu Choi Kannst du halt probieren. Mit schnellem Ende. Für drei. Er hat jetzt das Schnellfeuer, das heißt den Pistolenschuss nochmal. So, den Motoren hätten wir. Und einen Feuerschutz können wir immer noch rausrucken. So, hier tasten wir uns mal langsam ran. Wir sehen bis dato nichts. Also keinen sinnvollen Grund, warum wir es jetzt da tun sollten. Und hier ist volle Deckung, das finden wir auch super. Ich kann nämlich noch das Teil einsammeln, was da liegt. Zwei Illyrium-Kerne. Besser als nichts. Ich hätte natürlich vor der Mission noch drauf achten sollen, dass wir alle unsere Waffenverbesserungen anlegen. Der Rexxus wandert auf jeden Fall mal ein Stückchen nach vorne. Und geht dann hier vorne in Pistolenfeuerschutz. Und Sentinel. Hier von dem Baum haben wir doch nicht so viel übrig gelassen, wie wir es gerne gehabt hätten. Dann wandert er erstmal hier vorne an den Stein mit ran. Und geht in Feuerschutz. So, da vorne kommen die Nächsten hochgeklettert. Was machst du denn da? Fliegende Roboter. Wo ist er hin? Warum kannst du in der Luft laufen? Ja. Den kann ich sehen, aber den Typ, der da zwölf Meter über der Erde schwebt, der ist unsichtbar. Er ist zum Glück noch nicht gespottet. Das heißt, der Schuss hätte jetzt noch 51% Crit Chance. Aber ich glaube, er ist uns unsichtbar einfach lieber. Aber wenn wir es schaffen könnten, dass er nicht entdeckt wird, haben wir vielleicht die Chance, mit ihm da hinten das Ding abzuräumen. So, Xarexas hat da einen ganz brauchbaren Schuss. 82, da mit 87. Allerdings auch einen sehr guten. Hm. Wir gehen erstmal zu Kangdae-Li. Hier ist überhaupt keine Deckung mehr. Das habe ich ja mal richtig verkackt. Ähm, aber... Wo ist denn die nächste Deckung? Da hinten irgendwo? Da kommt man gar nicht dran. Die Frage ist, ob wir an der Stelle jetzt schon... ...all-in sind. Ja, wie dem auch sei. Hier vorne sehen wir gar nichts. Das heißt, wir müssen im Prinzip nach vorne. Ja, Reflexschuss konnten wir nicht viel machen. Und wir sehen immer noch nichts. Das ist ja unglaublich. Warum sehen wir nichts? Irgendwas stimmt hier nicht. Warum kann das Ding fliegen? Müssen wir direkt mit einer Granate opfern? Und dann noch ein Bäumchen mehr kaputt machen. Okay, ich gehe. Wir sehen ihn immerhin. 69% ist eine Chance, mit der man arbeiten kann. Vier Schaden sind durchgekommen. Ziemlich zählst. Biest auf jeden Fall. Minimale Schaden. Minimale Schaden. Minimale Schaden. Ja, wir warten mit Xyxis noch ab. Eigentlich hat er einen zugrunden Winkel auf den Kumpel da unten. Minimale Schaden. Minimale Schaden. Minimale Schaden. 67%. Das ist besser als nichts. Auch wenn er jetzt da nicht in Deckung steht. Fünf Punkte Schaden. Das ist ein brauchbarer Treffer. Vier Schaden hat er jetzt. Also vier Leben hat er jetzt noch. Die Frage ist, wie wir es am geschicktesten machen. Dann bombe ich da runter und kritze ihn dann mit Dark Skill Master weg. Oder bombe ich da hoch. Und schieße ihn einfach runter. Mache ich einen Sprengschuss, um keine Granate verbrauchen zu müssen. Zwei, vier, sechs, acht. Neun Leben hätte er dann noch. Habe ich denn noch mehr als die drei? Ne, ich habe noch ganz genau die drei. Ne, Sentinel habe ich auch noch. Sollte dann reichen. Also riskieren wir einen Sprengschuss. Um da die Deckung kaputt zu schießen. Damit ist der Kollege flankiert. Xarexis hat 100%. Und selbst mit dem heftigen Schuss wäre das 81. Das ist eine Überlegung wert. Sentinel geht mal hier rüber. Ist auch zwei zur Auswahl. 67 auf das da. Und 87 auf das da. Okay, haben wir einiges noch an Auswahl. 95%. Ich glaube, du holst ihn jetzt einfach mal runter. So gerne ich auch ihn in Verstohlenheit gehalten hätte. Aber diesen Free Kill von einem Biest, das sonst einen unserer Leute töten würde. Müssen wir einfach mitnehmen. Und jetzt kann hier halt auch Xarexis einfach mal zeigen, was er kann. Und latzt er halt für 6 bis 8 rein. 5 Punkte Schaden hat er gefressen. Jetzt hat er noch 3 Leben. Das reicht leider nicht für ein Gefechtsprotokoll. Also müssen 87% her. Und Kollege Olsen räumt ihn ab. Wir haben genau alle unsere Leute verbraten, um diese 2 zu töten. Wir sind jetzt hier ein bisschen... Wow, da kommen nochmal 3. Fetter, hässlicher Berserker. Und noch 2 relativ fett gepanzerte Bieste. Und da noch mehr gepanzertes Zeug. Und da noch mehr gepanzertes Zeug. Ho, ho, ho. Was ist das für eine Motion? Vor allem, was schicken wir uns hier alles entgegen? Ich schicke Verstärkung aus den Avenger-Reserven rein. Ja, die Verstärkung ist aber auch das Mindeste, was wir brauchen. Jetzt haben wir zwar 8 Leute auf dem Feld. Aber die Gegner... Entschuldigung... ...sind einfach... ...unglaublich stark. Das, äh... ...weiß mir nicht zu pläsieren. Weil irgendwann ist halt auch mal unsere... ...Munition alle. Aber okay, damit müssen wir leben. Ja, ich bin, äh... Schauen wir erstmal, wen wir als Neues bekommen haben hier. Äh, okay. Das sieht aus wie Twist. Erkennbar an der Mütze. Das ist eine gute Nachricht, denn das heißt... ...von den ganzen verballerten Granaten... ...kriegen wir jetzt ein paar wieder zurück. So, das ist eine volle Deckung, natürlich. Hm... ...wie gehen wir damit jetzt um? 85% auf den Berserker. Könnten auch zwei Pistolenschüsse machen. Das ist, glaube ich, dass... ...dieselbe Wahrscheinlichkeit. Oder nicht? Oder doch? Ne, etwas schlechter noch. Also, die... Hm... ...da müssen wir jetzt aufpassen. An so vielen Stellen aufpassen. Also, wir haben eins... ...zwo, drei, vier, fünf, sechs Gegner. Zumindest steht der diesmal da hinten auf dem Dach. Ähm... ...wir sollten auf jeden Fall und tunlichst schauen, dass wir Dark Skillmaster da wegkriegen. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass der Reflexschuss von dem Kollegen hier auslöst. Von daher ist die Frage, ob jetzt hier mit einem Gefechtsprotokoll... ...auf den... ...genau den erwischen wir natürlich nicht. Schade, damit hätten wir nämlich seinen Overwatch beenden können. Dann müssen wir jetzt so ein ganz klein bisschen drauf hoffen... ...hoffen... ...sprachfindungsstörung mal wieder am späten Abend. Dass, äh... Dark Skillmaster das Ding da überlebt. Ron Krause kommt erstmal hier rüber. Und wir hoffen, dass er irgendwas sehen kann. Und er kann irgendwas sehen. Und das ist der Berserker. Das ist Top. 83% ist eine gute Chance. Und... ...das war zwar nicht getroffen... ...aber jetzt haben zumindest alle anderen auf diesen Berserker Holo-Zielen. Und das erhöht dann ja unsere Trefferchance dann doch... ...relativ deutlich. So, Skillmaster, Skillmaster. Du stehst da wirklich... ...Hunde-Elend. Ich frage es, ob... ...wen der von da unten überhaupt sieht. Ich würde jetzt einfach mal... ...riskieren müssen... ...dass es hier auf die Nase gibt. Und renne hier rüber. Da kommt doch der Schuss rein. Und er erwischt mich natürlich voll. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Gegen High Ground. Aber anders wären wir aus der Nummer jetzt nicht rausgekommen. Denke ich zumindest. Wir sehen immer noch alle drei. Werfen aber jetzt hier mal... ...ein Granätchen. Oder holzen wir drauf? Das ist eine gute Frage. Sechs bis acht Schaden. Ich könnte natürlich auch jetzt schon... ...so einen Raketenwerfer reinhauen. Die Frage ist, wenn wir jetzt... ...noch auf die Mütze kriegen... ...nützen uns gesparte Granaten... ...eh nichts mehr. Also holzen wir da mal komplett rein. Damit haben wir da schon mal sieben Schaden gemacht... ...und ihm hier die Deckung weggeholzt. Das sollte uns einiges gebracht haben. Jetzt haben wir hier... ...einen flankierten... ...soldaten... ...und... ...den hässlichen... ...hässlichen Berserker. Und da wir hier mit dem... ...der schweren Waffe am Start sind... ...ratzen wir da einfach mal rein. Das sind immerhin sechs Schaden. Wir haben so ewig viel Leben gemäß. Ja, und... ...üblen Ausfluss. 72 Prozent. Das ist eine Chance, die... ...ne, müssen wir nicht nehmen. Denn wir hoffen ja noch auf ein Medi-Protokoll. So, Xarex ist 100 Prozent... ...auf den da. Aber auch mit ihm würde ich gerne... ...diese komische Splitter-Attacke da machen. Minsu Choi. Probieren wir es hier mal mit einem Pistolenschuss. Das sind 93... ...ne, das sind... ...60 ist nicht viel. Ach, alles nicht leicht. Alles nicht leicht. 69 Prozent. Auch nicht üppig. Claymore muss auf jeden Fall hier in Deckung... ...und da er ein Heavy ist, muss er eigentlich auch darauf schießen, um keinen Schaden zu vergeuden. Das sind acht Schaden, das ist super. So, und die Wahl ist jetzt, ob ich diese... ...Attacke... ...in die Richtung da mache, damit er auf alles schießt, was von da aus... ...also, was sich von da aus Nähe hat. Oder ob ich mit ihm jetzt einfach den Sack dicht mache... ...und hier versuche, den Typ rauszunehmen... ...oder da versuche, den... ...Berserker rauszunehmen. Ich bin mir noch unschlüssig. Also erstmal Minsu Choi. Pistole abfeuern auf den Berserker. Damit sollte der weg sein. Und 93 Prozent ist eine... ...Halbwegs hohe Chance. Dann haben wir noch einen Pistolenschuss. 60 Prozent, das ist nicht üppig. Aber die Chance ist da. Wäre da gewesen... ...87 Prozent, 85 Prozent, 82 Prozent. Schauen wir mal, was das Übernahmeprotokoll dazu sagt. Vielleicht können wir den hier einfach übernehmen. Das wird unsere Probleme ein wenig lösen, aber ich glaube nicht dran. 60 Prozent Chance. Dass wir ihn zumindest eine Runde betäuben. Ich glaube, das probiere ich. Das hat funktioniert. Eine Runde bist du ausgeschaltet. Deaktiviert zwei. Das heißt, in seiner Runde und in meiner Runde. So, wir haben nur noch die beiden Jungs da. Und die Frage ist jetzt, ob ich da eine Heilung reinwerfe. Oder nicht. 72 Prozent. Ich glaube, oder nicht hat gewonnen. Nicht, weil ich Skillmaster nicht lieb habe, sondern... Er regt er sich auch nicht mehr? ...weil der einfach nicht mehr auf ihn schießt, wenn er tot ist. Und... ...Xarexis hat hier eine sehr, sehr gute Chance... ...den mal so richtig einzuverplätten. Da ist die Frage, ob ich einen heftigen Schuss... ...nä, 64 Prozent sind nur zu wenig. 82 Prozent ist vollkommen in Ordnung. Leider nur ein Streipschuss. Aber... ...zwei Punkte ist ein Ansatz. Das heißt, der nächste Schuss, der ihn trifft, wird ihn treffen. Er ist immer noch deaktiviert. Jetzt nur noch mit einer Restrunde. Und wer auch immer da ein Feuerschutz war, kommt jetzt angewetzt. Und macht häufig, hoffentlich, keinen allzu großen Umzug, weil er weit gelaufen ist. So, da ist noch so ein Biest. Und, ähm... Der wirft... Aua, eine Granate. Das heißt, er schreddert und krittet und macht Damage wie Hulle. So, er klettert da hoch. Und... ...ratzelt Xarexis eine. Oh, 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 okay. Er betäubt eins und sieben Schaden. Wir nehmen langsam... ...mehr Damage, als ich gerne hätte. Unsere Deckung fliegt auch noch weg. Und, ja. Jetzt müssen wir ein bisschen... ...bisschen rechnen. Also, den da unten müssen wir diese Runde auf jeden Fall kaputt kriegen. Hier hinten haben wir noch zwei von denen, weil der wird nächste Runde wieder... ...funktionieren, der Knilch. Äh, Fasekel hat überhaupt keine Ahnung mehr, wen er heilen soll. Es läuft gerade ein ganz klein wenig aus dem Ruder. Aber gut, was soll man erwarten von einer Mission, die... ...so bescheiden anfängt. So, 90% hätten wir auf den. Äh, das ist eine Top-Chance. Aber er sollte angeknuspert sein, damit wir ihn erlegen können. 100%... ...Pistole abfeuern. Ach, wir waren betäubt. Das heißt, wir haben nur noch... ...wenig Restleben. Der hat... ...das macht keinen Schaden. Das ergibt also so wenig Sinn. Ich würde sagen, Xarexis wartet ab, denn wir haben hier immer noch unseren... ...Joker, wenn es richtig scheiße läuft, und nicht das Imitationsgerät. Das zumindest mal den einen oder anderen Schuss abfängt, bevor es dann stirbt. Min Tzu Choi hat noch eine Runde Wartezeit. Könnte dafür 94% drauffeuern. Wenn er zweimal eine 4 würfeln, ist der tot. Also reicht eigentlich nicht wirklich. 81%... ...das würde reichen mit einem anderen Schuss zusammen. ...Sentinel hat jetzt wieder ein bisschen Abklingzeit auf das Übernahmeprotokoll. Er hat jetzt nur den vor der Latüchte. Das... ...gefällt mir nicht. Also geht Twist ein Stück nach vorne. 88%. 83% reicht mir aber. Zwei Punkte zerschreddert. Vier Schaden gemacht. Das ist eine Top-Vorlage, ihn zu vernichten. 98%. Das müssten wir eigentlich auch hinkriegen. X-Ray neutralisiert. So, Dark Skill Master hat jetzt gleich dann die Möglichkeit, sich ein bisschen zurückfallen zu lassen. Er hat auch ein paar gewinnbringende Möglichkeiten. Was ich jetzt noch nicht lösen konnte, war das Roboter-Problem da drüben. An den Lanzenträger werden wir schon irgendwie wegkriegen. Die Sorge mache ich mir jetzt gerade nicht. Nur die fehlende Deckung hier, die stört mich ein ganz klein wenig. Er hat wirklich das komplette Feld kaputt gemacht. Ich schau mal, was hier die... ...die Buben sagt. Wir könnten das... ...ne, wir kriegen es genau nicht hin. Dass wir beide drin haben. Aber eigentlich reicht mir der ja auch erstmal. Wir haben einen Schaden gemacht und eine Rüstung zerschreddert. Das ist nicht viel, aber es ist einiges wert. Und beim zweiten Versuch... ...und beim zweiten Versuch... ...weil der ursprüngliche Plan war... ...dass, wenn es nicht gut geht... ...hier einfach das Kampfgefechtsprotokoll ausgerufen wird. Und der Typ ist dann tot. In dem Fall müssen wir jetzt aber auf jeden Fall hier... ...ich park den mal hier drüben. Der steht dann da quasi ohne Deckung. ...und sollte eigentlich die Agro ziehen. So, zum Heilen kommen wir dann doch wieder nicht... ...weil er die Drecksarbeit machen muss. Oder aber den Baum umschießt. Ja, genau, komm schon. Das habe ich mir auch gerade gedacht. 86, mach du es wenigstens. Jo, da fliegt er. Und wir haben wieder genau alle Jungs gebraucht. Die sind da immer noch flankiert. Das gefällt mir überhaupt nicht. Ich glaube fast, dass ich hier in den Feuerschutz gehe. Er sollte die Agro ziehen. Ich hoffe mal, dass er jetzt nicht einfach auf mich feuert. Wenn er jetzt da aber hochkommt... ...dann steht er definitiv besser in meiner Range. ...ein Punkt immerhin für daneben schießen. Den Trostpreis. So, jetzt sollte er den Flankierten da... ...kritisch für acht. Das stört mich jetzt nicht, solange er überlebt. Damit der andere da auch nochmal drauf schießt. Kommander, ich schicke der Starkung aus dem Avenger Reservor rein. More Astils in Belfe! Kommander, die Lage hat sich verschlimmert. Der Widerstand meldet feindliche Transporte in der gesamten Region. Sie machen sich für einen umfassenden Angriff bereit. Das ist unschön zu hören, aber... Ja, wie soll ich darauf reagieren? Müssen wir uns halt kaputt schießen. Wir haben ja jetzt ein paar Runden überlebt. Wir sind zwar ganz kurz angeknabbert, aber... Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir schon am Ende sind. Die Reihenfolge wird jetzt halbwegs wichtig. Da brennt das Leuchtfeuer, das heißt, da hinten werden wir spawnen. Wir müssen also gucken, dass wir hier ein bisschen was an... ...an Defense aufgebaut haben. Aber gut, erst mal müssen die sterben, die noch da sind. 97% Beides im Rahmen des Möglichen. Beides im Rahmen des Möglichen. Sagen, den 81%-Schluss machen wir. Das ist ja nicht so, als wäre 81% viel, ne? Da kann man ruhig mal komplett versemmeln, nimmst du. Nachladen und nicht sehen ist keine Alternative. Das heißt, wir ziehen in die offene Pläne. Müssen eine Granate werfen. Und die Frage ist jetzt, welcher ist der gefährlichere? Und die Antwort ist der da. Also schreddern wir da noch einmal eine Rüstung. In der Hoffnung, dass unsere gesammelte Firepower das Ganze jetzt abdeckt. Wieder nur einen Schaden. Ja, Xarex, das muss es probieren. Das sind 6 bis 8 Schaden, die wir dringend brauchen. Und das sind 7 Punkte. Rüstung wurde getroffen. Das ist ein sauberes Ding. Langsam geht uns allerdings wirklich die... ...ne Bonusaktion haben wir bekommen für den Ansätzer, oder was das war. Die sparen wir uns jetzt aber auch wieder auf. Sentinel... 77. Wir müssen uns auch wieder ins Offene stellen. Hilft ja alles nichts. Wir haben da eine 100%. Und das sieht so aus, als könnten wir ihn töten. Tun wir aber nicht. Ja, das sieht bei allen so aus aktuell. Aber Xarex, es hat jetzt ja noch einen Pistolenschuss. Und für die 3 Punkte reicht es auf jeden Fall. So, jetzt haben wir nur noch einen Gegner und potenziell 3, die da gleich rauskommen. So, das sind 80%. Wir haben noch 3 Spieler. Wir haben noch Twist. Twist gibt jetzt Gas. 85%. 85%. Das wird jetzt ein goldener Hit. Für 6. Damit haben wir den auf jeden Fall vom Feld. Und da ich mich... Da ich nicht plane, mich zu bewegen. Erst nachladen. Dann umrocken. Für 12 gekrittet. Da hätte ich auch direkt drauf schießen können. Wäre er ja instant down gewesen. Da hat die jetzt gerade erst kommen, gehe ich hier nochmal in Feuerschutz. Und Magdalena Kowalska... Und Magdalena Kowalska... Äh, nicht. Nein. Die wird hier einfach Fullspeed hinwetzen und hoffen, dass sie nächste Runde einen Schuss kriegt. Und es ist sehr leise in meinem Badezimmer. Das heißt, meine Badewanne ist gleich fertig. Ähm, die muss ich ganz kurz ausmachen. Bis gleich. So, Entschuldigung, wieder da. Einer Flutkatastrophe um ungefähr 3,5 cm entgangen. Ähm, was wollte ich euch gerade erzählen? Ja, dass wir den Reflexschuss hier auf uns nehmen müssen. Also, ne, mit ihr sprint ich, damit sie nächste Runde einen Schuss hat. Kang De Lee hat... ... auch fast keine Munition mehr. Also, nachladen. Und Feuerschutz. Jetzt haben wir zwei Leute im Feuerschutz für das, was da landet. Das wird nicht reichen, um sie zu vernichten. Aber vielleicht kriegen wir sie ein bisschen angeknabbert. Es sind zum Glück nur zwei Officer. Ein normaler, also ein Offizier und ein normaler Elite-Foldat. Kommen wir auf uns zu. Wir lösen aber keine Reflexschüsse aus. Das ist, äh, schade. So, Voodoo lädt nach. Ready to rock! Geht in Feuerschutz. All over watch! Nur, die Chancen sind gar nicht katastrophal schlecht, aber er steht natürlich kacke da. Ähm... Ja, bei Xarexes bleibt uns jetzt auch nicht allzu viel, als nachzuladen. Alles im grünen Bereich. Und in Feuerschutz zu gehen. Bestätigt! Überwachung läuft! Kennen wir schon. So, Min Su Choi. Gehen wir aus der Deckung? Nein, gehen wir nicht. Wir bleiben hier in halber Deckung. Und da wir sie zum Teil sehen, gehen wir in Pistolenfeuerschutz. Und ich glaube, hier folgt jetzt eine Rückbesinnung auf alte Werte. Wir gehen einfach einen ganzen Ticken zurück. So, dass wir sie selber nicht mehr sehen und gehen dann in Feuerschutz. Und das machen wir jetzt einfach mit allem. Denn dann müssen sie sich auf jeden Fall bewegen. Wir haben also fast eine komplette Nachladerunde rauskitzeln können. Und wie gesagt, wenn sie in unserer Sichtfeld rennen, kriegen sie ja einen ab. Die Frage ist, ob er jetzt in Feuerschutz geht oder ob wir da Unsinn machen. Ne, wir können leider keinen guten Unsinn machen. Also gehen wir in Feuerschutz. Ja, Kowalska, dein Plan war super, aber ist nicht aufgegangen, weil jetzt der ganze Squad sich zurückzieht. Also auch hier in Feuerschutz. Und Claymore. Geht jetzt einfach mal hier hin. Sieht auch nichts mehr. Und geht in Feuerschutz. So, da kommen sie gerannt. Wir lügen den ersten Schuss auf. Äh, nicht getroffen. Einen Punkt gibt es aber dann immer trotzdem, wenn der Skillmaster zu langt. So, er markiert da einen. Das heißt, der andere soll wohl gleich feuern. Commander, ich schicke Verstärkung aus den Avenger-Reserven rein. Und wir sind doch schon wieder dran. Das ist natürlich gut. Voodoo ist markiert. Ich hoffe mal, dass die Markierung weggeht, sobald der Typ stirbt. Wir gehen also hier wieder... Obwohl, ne, wenn der andere da einen Feldschuss angeeckt hat, das mag ich nicht riskieren. Also geht Skillmaster hier mal im Rahmen seiner Möglichkeiten nach vorne. So, wem geht's denn noch gut? Sentinel geht's verhältnismäßig gut. Und er hat noch eine Granate. Ordnung ist verhältnismäßig gut. Er hat noch eine Granate. Er sieht nur einen. Würde da zwar Deckung treffen, aber den Typ nicht. 79% ist allerdings eine recht gute Chance. Warten wir noch ganz kurz ab. Wenn er sich dahin traut, traut Twist sich schon lange hierhin. Damit hat er volle Deckung und kann dem auch einfach mal ein Küsschen geben. Küsschen für 6 Schaden. So, dann gucken wir jetzt nochmal hier auf Kowalska. Tapp, tapp, tapp. Traumhafte Mission mit so vielen Leuten. So, sie geht jetzt aber hierhin. Sollte reichen, um was zu sehen. Kann jetzt hier mit einem... Nö, kann mit einem Pistolenschuss nichts reißen. Außer 3 Punkte Schaden machen. Und dann schauen wir hier gerade mal bei Voodoo. Der geht aber lieber in Feuerschutz da gleich. So, dieses Risiko ist natürlich hier immer noch, dass... ähm... Skillmaster hier was aufdeckt. Ich würd' sagen, das fängt Bastian dann mal ab an der Stelle. Da hinzurennen ist mir jetzt gerade zu riskant. Also packen wir es hier mal in die halbe Deckung. Wir sehen immer noch bloß einen. Heißt aber, dass Darkskillmaster im Prinzip hierhin kann. Er sieht jetzt beide, seltsamerweise. Und hat den da hinten auch flankiert. 82% ist ne saubere Sache. Fliegt da durch die Gegend. Elf Schaden. Was ne Damage-Sau. So, Voodoo könnte das Ding dicht machen. Minsu Choi könnte das Ding auch dicht machen. Ich muss sagen, mir persönlich ist das ziemlich Wurst. Also macht Arnis mit so einem Gefechtsprotokoll klar. Obwohl dann... Ich bin immer geizig, ne? Eigentlich reichen 94% auch. Er braucht den Kill fürs Ego, denn er ist ja immer noch hier... äh... Suppressed. Oder wie auch immer das auf Deutsch heißt. Unterdrückt. Dann geht Chimeca Gunda hier mal in Feuerschutz. Minsu Choi geht nach vorne. Und lädt nach. Denn so ganz langsam... Müssen wir auch mal gucken, ob wir da nicht hinten dran kommen. Irgendwann. Und wen haben wir da? Einen Verletzten. Rebecca Powell. Ich würd sagen, da jetzt alles da rechts steht, kommt wahrscheinlich der nächste Nachschub hier links. Geht sie da schon mal hin? Und Claymore... schließe ich jetzt der Opinion an, dass wir mit der Hälfte links und der Hälfte rechts... eigentlich alles ganz gut abgedeckt haben. Okay. Alien Enforcements... Mit unserem Gesicht. Vorsicht. Wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Da ich abgesehen von diesem... von diesem Druck, den wir hier verspüren, dass unser Schiff gefährdet ist... äh... keinen Timer sehe... würde ich sagen... haben wir hier... wahrscheinlich jetzt... Moment... Nein, das war ein Fehler. Nachladen. Feuerschutz. Nachladen. Und Feuerschutz. Halb im grünen Bereich. Ne, nicht Feuerschutz. Hier machen wir jetzt wirklich mal eine Gremlin-Heilung... auf Skillmaster. Denn mit 8 Punkten fühlt man sich im Normalfall ein bisschen besser und besünder als mit 4. Xarexis denkt sich jetzt... Möchte ich auch. Aber jetzt sehen wir hier mal die Abschusszone. Das würde ich jetzt einfach mal... da hinsetzen. Denn in dem... Bereich werden die ja wohl hoffentlich landen. Regelung bestätigt. Äh, mit ihm gehe ich hier... Gehe ich da mal an den Rand. No problem, Boss. Und in Pistolenfeldposten. Nachladen. Feuerschutz. Komm, get some. So, Twist wäre nicht Twist. Jetzt komme ich. Wenn er die Jungs nicht mit... einem feurigen Gruß empfangen würde. Na los, zeigt euch. Ungedeckt und auf aggro. So, und Rebecca Powell zieht jetzt hier auch ein bisschen nach. Und geht in Pistolenfeuerschutz. Äh, ne, in normalen Feuerschutz. Denn sie ist Specialist. Mit Heilung. Okay. Ich dachte, das wäre eine Scharfschützchen gewesen. Aber gut, umso besser. Kang Daily geht dort mal ein wenig hin. Aber ich vermute, dass hier jetzt keine Gegner mehr sind. Das wäre jetzt wirklich nur noch mit diesen Nachschubsoldaten angegriffen werden. Da kommen jetzt nur zwei raus. Das ist schön. Aber wie man sieht, ist hier jetzt schon so ein Schildträger dabei. Das heißt, die werden besser. Das heißt, jede Welle wird wahrscheinlich stärker sein als die davor. Diese Welle nehme ich jetzt noch nicht sonderlich ernst. Denn ich glaube nicht, dass irgendeiner von denen hier überlebt. Auch wenn die ersten Feldposten alle daneben gehen. Wow. Respektabel. Das waren jetzt sechs Schüsse daneben hintereinander. Aber da ist der erste Treffer. Der Bann ist gebrochen. Und jetzt kommen dann doch ein paar Treffer durch. Nichtsdestotrotz haben wir es tatsächlich nicht geschafft, mit acht Overwatch-Schüssen Zwei Soldaten zu töten. Und da kommen direkt die Nächsten. Männis 1-5, Vorsicht. Wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geoutet. Das habe ich mitbekommen. Ich bin immer noch fassungslos, dass wir es mit allen, also ich glaube nur einer war nicht im Feldposten, dass wir es mit allen Leuten nicht geschafft haben, die zwei zu töten. Ähm, nun gut. Es ist, wie es ist. Wir müssen damit leben. Und, ähm, wenn ich hier flankiert bin, flankiere ich ihn auch. Deswegen geht Skillmaster jetzt hier in die Ecke. Ähm, flankiert ihn aber nicht. Warum auch immer. Hat aber trotzdem 86%. Reicht. Weil wir aus Fehlern nichts lernen. Feuerschutz! Nee, wir laden hier jetzt mal nach und gehen nur in Pistolenfeuerschutz. Dann mal los! Feuerschutz! Das ist für den Nahkampf eh etwas besser. So, der Chief Moved jetzt hier noch ganz an den Rand. Und geht den Pistolenfeuerschutz. Denn wir müssen uns ja langsam in Richtung dieses komischen Dingensins da fortbewegen. So, nochmal Feuerschutz. Nochmal Feuerschutz. Ähm, ja. Feuerschutz. Volle Deckung. Und Feuerschutz. Claymore Feuerschutz. So, jetzt zeigt mir bitte, dass das eben ein Unfall war. Und dass ihr das bessern könnt. So, da sind jetzt Lanzenträger dabei. Die sind nicht mehr so lustig. Und der Dicke ist auch nicht mehr ganz so witzig. Da muss also jetzt ein bisschen was sitzen. Sonst haben wir ein Problem. So, der Erste trifft schon mal. Und schreddert auch ein bisschen Rüstung. Da sehe ich generell mehr Zahlen als eben. Auch wenn das Ganze ein etwas chaotisch ab an der Grenze zu epileptisch anmutenden Videos ist. So, der Einzige, der immer nur in Feuerschutz geht, wo er landet, ist dieser fette Robo. Wow, und da kommen direkt die nächsten Reinforcements. Aber die ballern uns jetzt wirklich jede... Wir haben feindliche Verstärkungen auf dem Weg zu ihrer Position geortet. Aha, ich hab's mir fast gedacht, denn das... Mark hat fast Twist getroffen. So, ich geh jetzt hier einmal auf Twist, denn er soll den Anfang machen. Er hat ein kostenloses Nachladen. Das heißt, wir laden jetzt einfach nicht nach, sondern feuern jetzt unsere Waffe mal auf den Dicken da ab. Damit zerschreddern wir ihn zwei Punkte Rüstung und entfernen seinen Feuerschutz. Das heißt, Voodoo sollte ihm jetzt deutlichen Schaden machen. Halt die Armour! So, das verzögern wir jetzt noch ein bisschen. Komm, hau ihn um. Jawohl, der ist kaputt. Mit drei Schüssen, das war relativ sauber. Wir gehen hier ein Schrittchen rüber. Ich weiß natürlich nicht, wie lange ich das jetzt hier noch verzögern kann, aber irgendwann muss ja mal eine Runde Ruhe sein. So, dass man sich ein bisschen erholen kann. Der Rexus geht noch ein bisschen näher dran und macht den Pistolenfeuerschutz. Der Chief geht mal da rüber. Wir sind schon mal in der Nähe von dem Ding. Er geht aber auch in Pistolenfeuerschutz. Sentinel kommt nicht rüber. Und schützt. Und sie schützt auch. Wart sie bisher noch nie geschossen. Sie müsste das doch sehen. Das ist doch voll ihre Sichtweite. Nun gut, egal. Wir gehen in den Feuerschutz. Und Rebecca Powell geht hier ein ganz klein bisschen um die Ecke und geht auch in den Feuerschutz. Und sie geht auch in den Feuerschutz. So, Claymore geht jetzt auch ganz in die Ecke. Denn ihn, Dark Skill Master und Minzu Choi wollen wir gleich benutzen, um das Ding kaputt zu machen. Und da kommt der nächste Flieger. Wieder mit der gleichen Besatzung. Sie haben sich also ein bisschen eingespielt. So, epileptische Kameraführung ist epileptisch. Und ich sehe, dass einer tot ist und wir den anderen nicht treffen. Mit so ziemlich allem. Das heißt, er entkommt mit vier Headpoints. Da müssen wir uns dann jetzt gleich noch drum kümmern. Oh mein Gott. Krüster liegen. Hausen Hauptbahnhof. Okay, so sieht's aus, Collagen. Und so langsam, aber sicher, krieg ich ein bisschen Angst. Wir haben einen fetten, den wir kaputt machen müssen. Einen kleinen, den wir kaputt machen müssen. Und drei Crystaliden, die zumindest mal bei XCOM 1 also ziemlich das oberste aller Übel waren. Wie ich jetzt mit denen umgehen soll, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich denke mal, da ist Rückzug dann wieder eine Option. Okay. Okay.